Eine Warnung, viel zu große Tomaten, darin ein Embryo. Statt des Kopfes zum Teil ein Computer, dazu eine Musik finden? Gehen wir zurück ins 12. Jahrhundert, Hildegard von Bingen, Nonne und Genie. 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 Die nächste Musik führt uns nach Italien, um auf die Lehrjahre von Elisabeth Liebezeit in diesem Land zu erinnern. Zum anderen soll bei diesen Skulpturen mal das Material in Musik getaubt werden. Der Marmor, Italien, eine kleine italienische Arie. Musik 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 Segnio, sei me il trono, Puri non si è brosi fedeltà. Puri non si è brosi fedeltà. Se tu non credi tutto il corvio, Se tu non credi tutto il corvio, Fidelio, sei me il trono, Fidelio, sei me il trono, Fidelio, sei me il trono, Del tuo sospetto, Puri non si è brosi fedeltà. Pumplice signor, sei me il trono, Che il tuo trono si fedeltà. Che il tuo trono si fedeltà. Che il tuo trono si è brosi fedeltà. Pumplice signor, sei me il trono, 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 Che il tuo trono, sei me il trono, Pumplice signor, 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 sei me il trono, ausgespannt. Der Herr Ober, der seit Jahren hier ist, lacht jetzt Kasser, müde ist sein Blick. Und wenn, wie so oft, ein Stammgast hier ist, gibt er ihm voll Diskretion Kredit. Schwerst du dies, ja, ihr rennt ein Ab, lacht jetzt Luca ein bisserl zu. Applaus 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 Applaus